Kalender Nummer 15 mit... Lisa! Ich übergebe an die Schwester. Erst fangen wir mit den Jibs Adventskalender ab. Erratet in den Kommentaren, welche Farbe das ist. Ein Tipp, da steht Original drauf. Jetzt, freche Freund. Okay, da ist nix drin. Ich hab das gestern getrunken, ist super leid. A, B. Jetzt kommt mein Adventskalender. Es sieht sehr lecker aus. Jetzt amiranische Süßigkeit Adventskalender. Die 16. sind der Seite. Okay, ich geb's meinem Bruder. Augen auf. Oh, ich lieb die hier. Diesen großen amiranischen... Kaum mehr Adventskalender. Äh, Kaum-Samskalender. Das ist so lecker. Mach mal deine Augen zu. Oh, geil. Spoiler. Hä? Da ist nix drin. Jetzt Milchfrau. Okay, da ist es. Das ist ganz klar. Ach, das ist so eine Nadel, also hier zum dran machen. Ja, kannst du an deinem T-Shirt dran machen. Jetzt Slime Adventskalender. Und Slime und eine blaue Glitsch. Jetzt ist Adventskalender. Ein Haugummi für mich. Ein Haugummi für mich. Vielen Dank.